Morgen kommt das Herr-Anwalt-Spiel raus, aber was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Herr Anwalt, ich hoffe du hast deine Sportsachen eingepackt. Der Unterricht geht jetzt nämlich los, ne? Ihr müsst als Herr Anwalt die Schüler vor dem bösen Schuldirektor retten, der sie für immer in der Schule einsperren will. Dabei kämpft ihr gegen verschiedene Lehrer und müsst versuchen die Schüler zu befreien. Ich hab übrigens die wohl hässlichste Website der Welt erstellt, in der ihr dann das Spiel für eure Plattform findet.